moin moin und hallo heute machen wir mal ein band scan in parchien ja das ist in der nähe von lübs dank sebastian eickmann habe ich hier gesagt dass man im auto band scan machen soll und habe ich noch nie in meinem video gemacht deswegen mache ich es jetzt meine mutter meine eltern sind jetzt einkaufen ich mache jetzt einen kurzen band scan durch haben wir von 107, so von das ist hamburg ndr 2 auch ein schwache ndr kultur rostock ndr 1 röbel rbb 88 8 vom berlin stock vom berlin schulzplatz ndr kultur schwerin oh noch einer mdr kultur glaube ich auch wieder sehr schwache bungsberg dlf kultur abwürde nr 0 und er startet nr 90,3 nr 9 nr 90,3 nr 9 nr 9 nr 9 nr 9 nr 9 nr 10 nr 9 nr 9 nr 9 nr 9 nr 10 nr 9 Denke DLF, das ist Enjoy aus Bungsberg, glaube ich, NDR 1, Rostock, NDR 1, Niedersachsen aus Danberg, Elbe, Berliner Rundfunk, 91,4, kommt nicht rein, mit 300 Kilowatt aus dem Fernsehturm, auch wieder sehr schwache, RBB Kultur, Bungsberg, NDR 2, Ostseewelle, Röbel, auch wieder sehr schwach, NDR 1, Schwerin, auch hier irgendein sehr schwacher, NDR Kultur, Danberg, Elbe, NDR 2, Rostock, Auch wieder ein anderer, Inforadio, sehr schwach, 94,3 RS2, wieder ein sehr schwacher, Röbel, NDR Kultur, als, ich glaube, aus Dekuede kommt er, NDR Sachsen-Anhalt, Boah, erstmal strecken hier, ist nicht anstrengend, ist nicht voll anstrengend, Das ist DLF, Kulturschwerin. Das war gerade Enjoy aus Gartzrügen, boah, kommt an, Respekt. NDR 2, Danberg, Elbe, auch wieder sehr schwache, alle hier, DLF, Dekuede, Enjoy, Röbel, DLF, 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 D